Weiß antwortet ebenfalls mit Rochhade. Also die Entwicklung des Königsflügels ist abgeschlossen. Der Damenflügel bei Schwarz ist noch ein bisschen im Rückstand. Dafür hat er noch einen Bauernmeer. Ob er den lange behält, werden wir sehen. Also ich darf jetzt schon sagen, dass das die stärkste Partie ist, die heute im Albecker Park gespielt worden ist, im Bürgerpark. Was da drüben die Kinder gespielt haben, war noch nicht ganz so stark. Also der David ist deutlich stärker. Und er macht das ganz prima. D7, D5. Genau das ist die Regel. Dora 7, Dora 5. Man muss einen Gegenstoß im Zentrum machen, weil man auf der Flanke angegriffen wird. Weiß versucht Raum in der Mitte zu gewinnen, geht mit dem Bauern vor. Emil 4 nach Emil 5 mit Angriff auf diesen Springer. Und der muss sich nun ein Plätzchen suchen. Klar, den muss man retten, der ist zu wichtig. Und es kommt Springer Friedrich 6 nach Heinrich 5. Also die viele Schachspieler haben ja gelernt, Springer am Rande bringt Kummer und Schande. Ist aber hier nicht so. Dieser Springer hat Sinn auf H5, denn er verteidigt diesen Springer, diesen Mauern. Und das ist eine gute Idee.